genau das schmilzt so alles ein und das hier das andere war bis 51 können das noch mal ändern obwohl ist eigentlich schon und hier ich rot finden kann man einschmelzen alle revolver bis Maschinenpistolen die Brandgeschosse brauche ich auch nicht ja das kannst du ruhig alles weg schmelzen brauche ich alles nicht sterben gerade ganz viele Katzen das tut mir aber leid alle weg ja Gott sei Dank Blüten Katzen ey können auch nichts außer Futter wegfressen toll und das riesen V-Tier kann ich damit irgendwann erst anfangen eigentlich macht Wolle das kann sonst auch nichts ne kann nicht mal Lastentier sein ach komm weg damit was machen wir mit dem Trumbo eigentlich außer schön aussehen kann es auch nichts ja guten Abend Elektronik auch mal wieder da also dann das hier Gestalt an da kommt das Stahl langsam rein ist das jetzt ja eigentlich fertig ne ne das zählt so glaube ich nicht obwohl es verbunden ist theoretisch ja das ist Mist verdammt ja habe ich gemerkt das ist echt doof hier mit einem komischen Triebwerb mit einem komischen Triebwerb kann ich es wieder abreißen na toll schönen Dank auch das wäre jetzt ein bisschen komisch aus aber nützt ja nix wenn das so nicht zählt und Moment Pause man könnte ja auch noch so ein Teil bauen dann müsste es doch verbunden sein oder ach schmähle falsche Tasse gedrückt wenn ich das hier so hin baue dann ist doch theoretisch auch verbunden schauen wir mal ob das so zählt dann das da reißen wir mal ab oh ich kann es ja neu installieren Moment das kann ich nicht neu installieren ne nur die Teile abbrechen 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 da sparen wir uns das doch hier 1 2 3 4 1 2 3 4 4 wir bauen die nämlich um abbrechen ist x kriegt mir nämlich noch ein bisschen Stahl zusammen so dann brauchen wir noch Strom da oben so dann brauchen wir noch Strom da oben dann muss doch einmal so mal so mal so mal so mal so dann haben die auf Strom dann haben die auf Strom so dann machen wir hier nämlich zu das kann man jetzt abreißen mal so mal so mal so mal so haben die gute werde ja gut allrounder eigentlich und koch ist dabei kann man die gefangen vielleicht riskieren wir das mal schulder wollen wir hin wird man hier nicht abhauen jetzt komm du auch mal her und lady auch so du versuchst mal in den gefangenen kommt er nicht freiwillig mit wenn du nicht kündigsten gefangen es werden diese feinste jagten eine fraktion ja ach da ist ja auch noch einer den können sie behalten sollten mal gespannt ob das gut geht okay offenbar nicht ja immerhin einer irgendwie verletzt nena gefangen und gefangen wird geschossen auch da war noch welche die habe ich natürlich nicht gesehen das ist natürlich unmüssig das ist kann man dich auch noch gefangen nehmen? ah der ist schon tot, okay schade. so ihr könnt weiterlaufen und das behalten. du kannst auch. du auch. so jetzt schauen wir noch mal. das war der allrounder. den kann man gefangen nehmen. anwerben. ah das war der schlechte. aber er ist immer ein guter fernkämpfer. dies ist ja auch was wert. besser als nichts. sind die wahrscheinlich feinselig. feinselig wollte ich sagen. fanden die minister witzig? ja egal. wir brauchen leute. können wir das jemand wegräumen? danke. wie schwer sind sie denn verletzt? oh der hat asthma. habe ich gar nicht gesehen. du brauchst eine wirbelsäule. haben wir noch eine? nö. wo ist jetzt feindlich? das tut mir aber leid. könnte mal jemand sich drum kümmern oder so. so vielleicht. mal behandeln hier. behandeln. danke. dann können wir mal das ding abreißen. da wird zugebaut. das ist sehr schön. mir fehlen mir jetzt halt. ach plaststall fehlt auch. oder was? das ist doch plaststall. uran. habe ich noch uran. 23. oh das ist nicht viel. dann brauche ich mal. ich glaube hier oben war uran oder? das uran. ne da war es silver. da eventuell. mal gucken. ja das war uran. sehr schön. oh der mutanfall ist auch nicht schön. sehr schön. da haben wir jetzt auch fertig. haben wir schön viele bauteile bekommen. wunderbar. sehr schön, dass hier schon die teile gebaut waren. aber wenn kein strom drauf ist, bringt das natürlich nix. ne? oh der hat einen hohen widerstand. sehe ich das richtig? oh ja. das wird schwierig. bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen. brauchen wir meinen inspirierten lujan oder so. schauen wir mal. ob das was wird. so die tierzone müssen wir mal ändern. tiere. tierkrankheit. super. da bitte nicht aufhalten. da am besten auch nicht. machen wir das doch mal so. oh unser trombo ist krank. schon ein bisschen behandelt. sehr schön. ich kann mir mein dach erstellen. das sieht hübsch aus. haben wir stahl? ne natürlich nicht. die trauer. wegen dem brumm. ja. ja. das ist natürlich doof. so das dach weg. das kann weg. das kann weg. machen. so wie schaut es damit aus? da nix hingemacht. ok. oh haben wir jetzt strom drauf. ja. bisschen komisch verteilt. ja. hier oben haben wir noch kein kabel. da müssen wir noch ein bisschen was hin basteln. nö. dann hat laufrausch. ja. laufrausch brauchen wir weniger. das bringt uns das spiel. fängereck von den nationen. die brauchen wir noch. jetzt mal hier die kabel fertig machen würden. echt schön. aber ohne stahl ist das schwierig. unfähiger koch. na danke. sehr doof. uran haben wir immer noch nicht. ok. da unten haben wir stahl oder? ja. so reparieren die da oben? ist da irgendwas passiert? ach. mal bestimmt die henriette ein bisschen ungemütlich. wieso ist hier in schatten? bin ich ein bisschen komisch. merkwürdig. wir haben doch genug stahl oder? ja eigentlich schon. plaststahl ist jede menge da. boah. nils hat nix zu tun. wieso machst du nix? kunstmäßig nix mehr zu tun oder was? tatsächlich. boah. jetzt prügeln die sich schon wieder. was soll das? das linke auge herausgerissen. das ist aber nicht schön. ich glaube wir müssen noch ein auge bauen. bionisches auge. bionische uhren brauchen wir weniger. eine wirbelsäule kann man mal noch bauen. ja. naja. der rest passt eigentlich soweit. das ist gut. wir haben 51 rationen. das ist gut. einigen machen zufrieden. ja. so. sehr schön. dann riskieren wir es doch mal. 3,6 tage. oh. haben wir ja Glück gehabt. 1,2,3,4. hier. ähm. maffelos nehmen wir mal drei stücken mit. die frage. wie viel kilo. kümmer dann brauchen wir da. ganz viel. denke ich. 8,5 tage. das passt. ein bisschen geräuter medizin. mal zehn stück. das sollte reichen eigentlich. kürtose katzen mitnehmen. können ein bisschen silber mitnehmen. falls wir auf eine karawane treffen. das wäre gar nicht mal so verkehrt. mal tausend mitnehmen. äh. schlafsäcke brauchen wir vier stück. mhm. ansonsten. was ist eigentlich. können dann maffelos mitnehmen. möchte ich das. wie was mit dem. wenn ich jetzt alle maffelos mitnehme. kann ich da ganz viel reinladen. richtig. äh. wähle rote. ein tag. jo. das käme es mal. was soll schon schief gehen. außer dass alle sterben. was soll schon schief gehen. außer dass alle sterben. abonnt. blöden. Untertitelung des ZDF, 2020